Heute Nachmittag wurde unser Firmensatellit von einem unbekannten Flugobjekt betroffen. Mama, du musst mir helfen. Was war das denn? Es handelt sich hierbei um einen kleinen, außerirdischen Roboter. Eine Maschine mit Gefühl. Ich will ihn haben. Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo man sich hier Raumschiffe ausleihen kann? Ah, ich soll dem grünen Männchen folgen. Er entdeckt eine neue Welt. Initiativen, hochfahren, zehn, neun, acht. Ist das alles? Wann beschleunigst du auch Lichtgeschwindigkeit? Und was er braucht, ist ein Freund. Nichts passiert. Ich bin okay. Meine Eltern nennen mich Robbie. Robbie und Tobi. Bringen Sie mir diesen kleinen, außerirdischen Roboter. Ich schmecke Asphalt und eine Spur von Hunde-Aha. Der Junge und die Roboter verstecken sich in Tütemol. Diese Weihnachten... Ich empfange ihr Notsignal vom Nordpol. Dort müssen meine Eltern mit unserem Raumschiff abgestürzt sein. Siehst du, das ist ein Land-Luftwasser-Fahrzeug, das ich erfunden habe. Jetzt müssen wir nur noch die nötigen Teile finden und das Ganze zusammenbauen. Tobi, da kommen ein paar bärtige Frauen. Das sind keine Frauen. Das sind Rocker. Wie soll's? Du brauchst unsere Hilfe. Das hier ist der Hammer. Habst du noch keinen Namen? Wie wäre es mit Fliebertüt? Das klingt gut. Flie wie Fliegen? War wie Wasser? Tüt wie Auto. Schlapp dir den Roboter und überlass die Heinis mit den ungewaschenen Haaren hier. Begleiter Robby und Tobi in ihrem Fliebertüt auf ihrem größten Abenteuer Robby, Tobi und das Fliebertüt fliegt super, Tobi. Steuer du lieber wieder. Ab 1. Dezember im Kino.